Herzlichen Glückwunsch, zu einem weiteren Volker. Auf einmal so ein Horrorspiel geworden. Geht überhaupt irgendeine Scheiß-Tür auf hier. Komm mal, es ist ein Horrorspiel geworden. Wenn man quer kommt, stirbt, Alter. So einfach ist das. Komm, hinterher, hey! Den mach ich kalt. Ja, du hast ein neues bekommen. Denn jetzt fährst du drauf gegangen im Winter, Junge. Du bist noch drauf her im Winter. Ach so. Hä, bist du blind, Junge? Bist du doof, aber lecklich. Gelb im Gebiet suchen. Schnauze. Hochziehen, hochziehen, drücken. Unser Kopfgeld. Mann, mach auf. Nein. Doch mal. Hallo, hier sind wir wieder. Ei, ei. Mit diesen kleinen Irren und mir, dem großen Irren, herzlichen Glückwunsch zu einer weiteren Folge. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, würde ich ja mal sagen. Ey, das dumme Schwein hat da Geld ausgegeben. Wir haben noch 66 auf dem Kondor. Der hat die Bulle Whisky gekauft. So ein Affe, Alter. Ladenbesitzer. Ja, das dumme Schwein. Oh, verkaufen! Ja, mach. Warum hat sich das nochmal gedreht, Alter? Gehen wir auf Schmuck. Kannst du die verkaufen? Verkauf. Ah, haha, kannst du erst bei dem verkaufen. Da wird Zigarre verkaufen! Ich bin nicht Zigarre verkaufen. Nein, brauchst du, Junge, für Dead Eye, Junge. Weißt du, wie krass du die auflädst durch Dead Eye? Achso, dann verkaufe ich den feuchten Kehrecht auch, der kriegt gar nichts von mir. Finde ich gut, zwar. So, aber deine Kasse könnte ich blündern. Willst du den jetzt erschießen oder was? Katalog durchblättern. Ja, willst du was bei denen kaufen? Mal gucken, was er hat. Er hat nur Essen und Trinken. Vorräte, Arzneim? Arzneim? Arzneim, Munition. Schnitzen? Jagd- und Angenzubehör. Schnittchen? Pferdepflege, Alter. Starkes Pferdestimulanz. Vier Dollar, der Halsabschneider. Ey, aber das ist dein Geld da oben, ne? Der hat von deinem Geld gekauft. Das dumme Schwein. Er hat von deinem Geld einfach gekauft. Dem bricht die Knochen. Ja, das will die. Ich hab gar nicht mehr Hosen und so Kram kaufen. Ja, Kleidung. Mantel. Mäntel steht da. Ja, ich will bloß einen, Alter. Mäntel. Klassischer Frag, Alter. Was willst du denn damit? Rattenmütze. Ach nee, ein Opossum. Kauf dir die mal. Ja, ich hab' die Schwachmutter. Na, guck, du so doch auch. Ja, halt, wer die Schwachmutter. Schließen raus. Ich glaub, die kostet mega viel. Ich würd's mir gerne kaufen. So. Das ist 51. Ach so, was ist das von... Das soll ich nur machen eigentlich? Ach so, ich hab' mir Pomenade gekauft. Ach so, ich hab' mir Pomenade gekauft. Du kannst alles kaufen, Junge. Nimm den Scheiß. Was soll ich denn kaufen? Warum blinkt das? Das da. Das soll sie kaufen. Ja, genau das. Genau das soll sie kaufen. Fisch? Ja, genau. Fisch. Ja. Ich brauch' Kaffee. Ich will die Scheiß... Ich will die Pomenade nicht mehr, Alter. Nicht verkaufen. Die verkaufst du für weniger als du verkaufst. Das ist dummes Schwein. Das ist doch egal. Jetzt kannst du essen. Pomenade? Ja. Kannst du dir in die Haare schmieren, Alter? Nein, kannst du wirklich essen. Schmeckt der Whisky? Du dummes Schwein. Arschloch. Wenigstens gibt dir das Abnässe ja von seinem Geld gekauft. Von meinem. Naja, von seinem. Das ist eine lustige Welt. Und dahin noch rennen irgendwelche Leute. Hast du das gesehen? Versoffen. Ok. Ok. Und in dem Titel verstanden. Wie ich grinsor nühe. Ja. Ok. 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 ich kann sie in Zunger umdrehen erster er hat er mit umdrehen nach nachdem er so hat Stürmer und er ist nicht mehr weil es gar nicht geht schlicht und streit meine alte Zunge kriegt das nicht mehr in Bauer hier. Warte, ich hab zu tun. Wie will ich überfummeln? Eingreifen. Tee. Nein. Das ist doch Schatz, Junge. Erkenn ich doch wieder. Schatz. Sonst war's. Klopp ihn einen rein, Junge. Mann, ich kann nicht ran. Warte, warte. Ah, okay, er lässt ihn in Ruhe. Einer lässt ihn in Ruhe, ist doch gut. Nein, was machst du? Nein! Du kriegst sonst Kopfgeld, Junge. Na und? Danke, Arfa. Hä? Das solltest du befreien? Ja, klar. Ah, lol. Das war doch einer von uns. Das hab ich nicht gewusst. Die saß im Pferdewagen und hat gesungen, Alter. Hä, ist das die alte? Ach, nee, das ist die andere. Du musst da hingehen. Ich dachte schon, die alte ist ja mit... Du musst da hingehen. Ja, voll bloß hin, sicher sein, dass er auch hinkriegt. Komm, komm, wir wollten schon was ausgebaut. In Saloon. In Saloon. War gar keiner. Gibt ja schon ein, eigentlich. Aber noch einer. Junge, hast du Bett? Ich hab' das Bett für mich. Ich hab' das Bett für mich. Ich hab' das Bett für mich. Ich hab' das Bett für mich nicht gemacht. Ah, okay. So super. Wart. Wartezimmern. Oh. Ein beklopter. Kann ich Ihnen helfen zu nehmen. Mann, warum kann ich ihm keine Reinzimmern? Das geht nicht. Mann, ist das ein Scheiß. Hast du einen Soundstage? Soll ich suche seine Sachen? Juckt ihn gar nicht. Mach deine Scheiß Schublade selber zu ihr. Koffer, was hast du da drin? Gold! Das macht leid. Weg hier. Ich hab das jetzt zu hoffen. Gut so. Zieht alles rein. Kalte Luft. Schnauzer! Sonst wärst du erschossen. Ja, ich stechen, ne? Oder so. Kannst du nicht. Was ist das, warum? Auf einmal gruseliges Sound. Keine Ahnung. Auf einmal gruselige Musik. Auf einmal so ein Horrorspiel geworden. 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 Thomas, es ist ein Horrorspiel geworden. Was ist mit der Musik so? Also der Scheiß. Es ist ekelhaft. Ein ekelhaftes Spiel. Scheiß auf dein Ekel. Hey! Und du bist ein Freund. Geht weg. Ich paye. Ich paye sie. Du hast den Ingen. Du hast das. Ich hab das nicht. Ein Freund von dir? Ich hab das nicht gesagt. Das ist kein Spaß. Seite. Der hätte sie nicht umbringen müssen. Oh ja, ich habe noch einen Jummi gebracht, Junge. Der ist tot, Junge. Du hast ihn getötet. Ich habe ihm bloß ein Headbutt verpasst. Ein Headbutt. Ein Kopfarsch. Ach so, ein Headbutt. Ein Butt-Head. Du bist Beavis und gleichzeitig Butt-Head. Du hast ihn umgebracht, Mann. Er ist halt tot, aber kann ich es nicht ändern. Du hast ihn getötet. Ich bin halt cool, aber ich mache ihn kalt. Aber was soll's? Ich werde. Ja, wenn du querkommst, stirbt, Alter. So einfach ist das. Danke. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Was ist das? Ich verstehe. Ich verstehe. Du bist okay? Sie haben mich nur geschlagen. Arthur hat ihn viel schwerer geschlagen. Ja, okay dann. Hey, du bist doch nicht. Schau uns an. Wart ihr in Blackwater ein paar Wochen zurück? Ich? Hey. Ich muss jetzt nachholen. Klar. Ja, aber geh erst aus der Stadt raus. Lass ihn. Erst aus der Stadt raus. Natürlich, knall doch hier nicht rum. Wir aus dem Weg! Das ist ja wirklich. Rechtsklick gedrückt. Rechtsklick gedrückt halten. Rechtsklick gedrückt halten. Achso. Warte, ich sag dir, wann du ihn erschießen kannst. Jetzt kannst du ihn erschießen. Wenn du Lust hast. Warte. Bitte, bitte! Ist ja einfach die Klippe runter gekrabt. Warte, warte. Töten. Befrag ihn erstmal. Befrag ihn. Warum erzählst du lies über mich? Nein. Nein. Ich habe es falsch. Ich habe es falsch. Ich habe es falsch. was ich mache? Ich habe es falsch. Ich habe es falsch. Ich habe es falsch. Wer Nabla. ich bin ich bin ich bin du Arsch du hast oh ähm mein Balken er ist ja gut geworden einfach du hast deine Ehre verloren du wei dein Böses um unherrehafter zu werden das mach ich doch glatt nein lass die Leute sagen so sollen wir eher ehrenlos rumziehen oder ehrenvoll ich werde deine Antwort kriegen oder nein du sollst das einfach nur drunter schreiben also falls sich das Video jemand anguckt schreibt mir in die Kommentare ob wir den ehrenhaften Weg beschreiten sollen oder den ehrenlosen dafür stehe ich übrigens dafür wäre ich auch finde ich auch gut aber dann wirst du immer gejagt ach dann knallt alle ab ja dann wirst du noch krasser gejagt dann knallt noch mehr ab dann kommt irgendwann Panzer und irgendwann Atomraketen so so in Wirklichkeit seid ihr nur in einer riesigen Westernkuppel eingesperrt und die andere Rest der Bevölkerung sind so übeldrunde ernst kannst du Masken kaufen oder geh mal da hin ah nee das ist ein Zirkus glaube ich ach so ich wollte dir gerade ein Menschenkostüm kaufen geh mal hin geh mal rein anhalten nein an was hast du gemacht was hast du gemacht ich wollte zu meinen Kumpels Junge ich schreibe immer auf die Taste so ich habe einmal neben einem bin ich so lang geritten auf einmal greift er mich an alter ja dann habe ich den umgebracht beziehungsweise ich habe ihn K.O. geschlagen und dann rasten die aus und töten mich erstmal ich glaube es hat alter dann habe ich erstmal über den Krieg angezettelt jetzt habe ich zwei Millionen Kopfgeld ja zwei Millionen weißt du wie lange ich rumgeballert habe also ich habe über 30.000 Menschen umgebracht bestimmt wenn mein Pferd noch streicheln weiß ich nicht was hast du gemacht ah cool fütter dein Fisch nein warte kannst du jetzt irgendwo ey mein Pferd hat bloß gekriegt ja du kannst es doch auch aufwenden ey eben war doch hier gelb alles ne das ist weiter hinten drück mal ein da gibt es Kopfgeld da gibt es Kopfgeld hier nein da wo die Markierung ist ja ja dieser Kopf da mit dem Geld der Kopf mit dem Geld ok da gibt es Kopfgeld wenn du den abknallst Kopfgeld hier cool den knall ich ab wo ist er nein du musst den glaube ich fesseln du musst den fesseln ich will nicht oh dann lass ihn raus sonst kriegst du kein Geld mann tot oder lebendig achso er ist dahin steht da nicht irgendwas tot oder lebendig ich bin hier vorbeigelaufen hier ist es doch erst achso wo ist er denn aber da ist auch irgendeine Frage mach erst mal das mit dem Kopfgeld da in dem Haus drinne du Kek den Ernst die haben Pistolen die haben Pistolen aber ach ne die geben erst mal den Auftrag ist der Sheriff geile warum hat das dann knapp jetzt erstmal gepackt das in der die 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 eine Beschattung also eine Bestätigung damit er sozusagen sind 8 ach so steht was er mit Gold kaufen glaub ich ja Gold nicht ab das ist das Probe ist die und so 34 also 0,34 Gold weißt du und du brauchst 15,00 ja lange soll ich erwarten ja 3 ich habe einen echten Spieler gefunden der dann leicht abgegeben hat ok und der hat irgendwie so ein tausend lege so ah er vergift die worte Leute mit seinem Mund ermittelt das war der alte da bei uns auf dem Pferde kommen hin ja nein ja Frau 50 er hat aus der Schlucht geschissen guck mal 50 gibt's für den alter geil warte mal ich will noch zuhören ob ich ihn tot oder lebendig bringe sie ach so ok bring ihn lebend lebend scheiße sag dich doch sag ich sie nicht sag es wie langweilig wenn du Kopfgeldjagd hast ne also wenn du Kopfgeldjagd hast also wenn du Kopfgeldjagd hast ja ist ja gut das ist ja gut das ist ja nun achso das ist ja nun achso das ist ja nun wo ist denn da jetzt hier aber nochmal eine Karte aufmachen pfeift entfernt ja ja ich weiß mal gucken wo ist auszummen da hinten egal rein dahin mach ihn hab ich doch nein hast du nicht ich hab's doch mach ihn musst du doppelklicken ok nochmal ja ok greift dein Pferd geiles Pferd ich liebe mein Pferd alter das muss ja hinlaufen aber sieht so hell aus jetzt ich hatte doch ein schwarzes mit weiß ne das war nur hinten ne ne du hattest kein schwarzes ich hatte ein schwarzes mit weiß nein ich hatte ein schwarzes mit weiß du hattest das ist nicht mein Pferd alter ja du hast ein neues bekommen dein 1es Pferd draufgegangen im Winter du bist doch drauf her im Winter ja mehrmals besser gesagt du kommst nicht durch den Winter wenn ich mit dir fertig bin wenn du ja weiter so machst der Winter ist schon vorbei für dich noch nicht für dich aber du bist tot ja dann wirst du dich freuen ne alter Vater verreckt ne und erzählst du dann von Scheiße ich weine irgendwie nicht ach so ok wie ausdauer dein Pferd ist wenn die auch rot ist dann schmeiß dich dein Pferd runter ach so aber gut mach mal ne dann muss ich zu Fuß laufen aber ich bin Bock drauf außerdem jetzt der Ilkberg runter was war das mit euch keine Ahnung schon wieder was war das keine Ahnung kein Tier nein da hier waschbärm 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 und nimm sie mit da gabst du Fleisch oder wo du warst in der Stadt erst weg schade leise leise steig von dem Pferd ab und sei leise verrückt leise 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 jetzt sind wir das raus ja nimm dein Lassow raus muss sich extra drücken drauf nicht du musst einfach drauf halten und dann loslassen ok da guck mal der Weg ist noch weit oder du musst ihn jetzt in den ganz großen Gebiet suchen junge ach so bist du blind jung bist du doof aber leckere gebiet so schnauze ich habe keine lust zu suchen du Lappen du wischmopp hier runter runter da lang da junge bist du da junge guck doch mal was da oben ist da ja siehst du ihn denn nicht und was ich über rüber jetzt kannst du rein jetzt wird er sich sowieso nicht finden pass auf strom 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 und schwimmer ja ja nicht gegen die strömung junge an den rand ich treib doch gleich ab nicht gegen die strömung das bringt nichts oh mein gott oh Gott so einen schlechten spiel habe ich noch nie gesehen der Hütter sich aus Dauerstuche 4 hat das hat er auch nicht geholfen aber egal weil du wärst grad fast abgenommen bist die Musik stell dich ein bisschen näher an den Berg dran das sieht mich nicht da guckt uns Feuer genau ich komme aus der Macht guckst auch ins Feuer hast du das dein Pferd dein Pferd wahrscheinlich das haben wir hier warum hat dein Typ gerade gelabert da sitze fang ihn recht weg konfrontieren wo aus wo aus es geht nicht ja du hast kein Last in der Hand machen muss ich da auch drücken jetzt recht geht nicht dann fesseln ihn jetzt einfach gehen näher ran einfach wenn sie sonst nicht wie du daneben stehst so geschehen so das sieht aus wie Freddy Krüger junge ja ja ich mag den irgendwie den Style von dir Kind Style ja das ist lässig ey was ich hab gutes überall mit Gold die wollen nicht mit Gold bezahlen ich hab ja gleich die Zunge löst ich bin ein Heeler du weißt ein Medizin ein Medizin man ich hab eine Aura und spreche mit Geistern die Leute für keine guten Grunde das ist ein Unfall Schau deine Hand auf Freunde sie haben nur die Frage ich hab dazu gehört das ist ein Unfall das ist ein Unfall das ist ein Unfall Mist er wollte sich verpissen ach ne er war unten aufgeschlagen was ist äh warte 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 hochziehen drücken unser kopfgeld war warum kannst du denn nicht normal spielen und kannst du dich nicht konzentrieren was da unten in der stadt die konzentriert sich noch nicht was da ist auch lieber mich angucken das ist nicht der fährt bis heute du konzentrierst dich aber auch nicht was da steht die auch nicht angucken wo fang ich ihn ab mit dem lassen nicht draufklicken ja schon da hinten mann er treibt schon weg alter wurde ausgleich tot im großen mississippi den nächsten wasserfall warum gehst du mit dem was mit dem pferd ins wasser warum nicht weil du jetzt voll langsam bist ja ich glaube felsen oder was wir sehen du wirst ihn verlieren schnauze lübke du bist schlecht er treibt da vorne wie so eine bohle aus dem praktischen torpedor doch der schwimmt auch gar nicht dagegen so da schwingen gedrückt halten du keck da schwingt es nicht schnauze schnauze ja aber fahr ihn auch mit deinem pferd ey wieso ist er nicht wieso wieso hältst du nicht mal an junge er ist weg er ist weg warte ich hole ihn raus oh mein gott aber junge was machst du was machst du wirft auch das lasso ja wie denn gedrückt halten rechtsklick gedrückt ja mach ich doch er macht nichts hallo er macht nichts so scheiße so komm ich weiß ja auch nicht was du gedrückt hast ja rechtsklick doch rechtsklick und noch mal aus komm warum machst du denn los junge ich weiß gar nicht mehr in deinem storm wehe du lässt ihn entkommen aber da komm jetzt rechtsmausklick hä ich habe auch rechtsmausklick ja und was war jetzt so schwer daran ich habe mausklick gedrückt oh ich hab wie loslackt und was war jetzt so schwer daran warte noch ich versiehen für dich du Loser nein du hast schon einen Kopf lassen Alter warte warte halte Dings gedrückt den losse und drücke weh so was war daran so schwer du Loser Mann der kann nicht oh äh das ist gut geklopft blündern so was war jetzt so schwer daran ich verstehe ich nicht habe rechte Maus dass die drückt weißt du wie du geklickt hast so ja ne wei ey meine Kugeln Alter meine meine Kugeln Alter so bring in die Stadt und besorg mir mein Kopfgeld ich guckst mir die Kamera und du guckst nur noch dich an ich guckst mir lasst du deine scheiß Lot nicht schneid es bald ab ich schneide dir gleich ins Gesicht schneide dir gleich sein hier was spielt sie denn so komisch ey bei mir ging die rechte Maustaste nicht Alter erzähl doch nicht so was nein du hast einfach komisch gespielt bei mir ging sie ja auch aber wahrscheinlich jetzt nicht wenn du rennst oh natürlich bin ja auch gerannt das habe ich nicht kapiert merkt man eigentlich habe ich es mit Absicht gemacht damit du mal spielen kannst genau jetzt kommt der das ist ja wenn ich ihn bekomme Junge du wärst fast am Verzweifeln gewesen ey ey wir sind ja schon da geil da wird der Truthähne und Kinder und verändert sich ja eigentlich dein Pferd immer Junge ich weiß es auch nicht ich will meinen Entfernterschecke wieder und was machst du denn du ja der hat gesprochen ich wollte es nicht jünger hast meine verpasst wie gilt das stand so er gesuchten äh zur Ruhe bringen und ich hab dann Tegel drückt halt ok alter du musst du in der Ressieferung das tun ich hab' ein Medikament ein Healer nicht ich hab' dich zu schlafen ich hab' dich zu schlafen wer macht dich zu schlafen ich will nur für die Geld Oh mein Gott! Ich hatte nicht so einen leeren Gefängnis. Herr, Sie wollten den. Hau ihn da rein. Du stehst schon in der leeren Gefängniszelle? Nein, das ist ein Durchgang, Junge. Ach so, dann mach dich da rein. Wie? Keine Ahnung. Ah, okay. Hä, durch die Tür? Nein, er lag in, du liegst, hast du schon in der Gefängniszelle. Nein, das war ein Durchgang. Hä? Aber da ist doch eine Tür. Ach so, na gut, jetzt. Ja, was willst du denn? Hallo. Ja, eine Zelle war nur ein Durchgang für Gefängniszelle. Da kommst du gleich da rein. Hallo. Das bist doch du in der Spiele. Na klar, wie viel hast du da? Äh, 50! Hier! Das ist so toll, da nur. Hey! Wo bleibt das Gold? Bitte, erinnere mich, was ich dir gesagt habe. Jetzt haben wir 100, hm? Ja. Ey! Geil, doch geil. Oh, du hast dich verbessert. Kann man eigentlich jetzt speichern, überall oder muss ich nicht sagen? Ja, du kannst überall speichern. Cool. So. So, dann mach ich mal euren freien Speicherplatz. Wie viel Prozent schon? Ach? Acht. Geil. Hä? Du bist höher als ich? Das kriegst du schon hin. So, und wir verabschieden uns jetzt. Da ist die Kamera. Sag tschüss. Wo? Guck in die Kamera. Sag tschüss. Ja, tschüss. Lauter. Ich bin müde. Tschüss. Lauter! Ah! Hülsfart. Boom. So. Tschüss. Er ist erstmal entschärft. Der schläft bis morgen. Hehehe. 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 Hehehe.